so leute wieder titanfall beta und ich rock hier grad die ganze zeit nicht leute ja das wird wieder da ich hab die ganze zeit mega lecks ich hab in der folgen runde glaub die abläuft aber na klar auch ein paar viele gekillt also fünf piloten und ich glaube zwei titan und nein das war ein ganz ganz maler spieler ganz maler npc okay das wird lecker gerade unten am boden voll sieht verlustig aus mama mia oh genick brauche mama mia oh mein gott ist der typ schlecht gewesen habt ihr das gesehen hat gar nicht gesehen wir sind einer weniger im team einer zu wenig das heißt das heißt rein theoretisch dass sie verloren haben hat noch null piloten getötet was das denn alter ich habe einen geklitten das ist bekommen aber trotzdem ich bin schon dreimal gestorben läuft doch nicht bei mir bei mir läuft gerade so was von gar nicht aber hat gelaufen bei mir läuft immer schon wieder der shotgun typ alter mich hat auch gerade der shotgun typ gekillt alter und ich habe eigentlich den anderen gerade angeschossen und der müsste auch eigentlich schon tot sein das pisst mich gerade irgendwie von an ich weiß nicht dieser shotgun typ kommt immer von hinten ich habe einen von den erwischt alter die sind zu zweit da oben und campen da die ganze zeit was für das wort wir jetzt lieber nicht nehmen einer so mit der automatik ein titan ist gut meiner ist auch schon da kommt zu dir beim titan nein ein titan kämpft gerade ich helfe mir jetzt auch gerade oh mein titan ist doch kaputt ich geh mal wieder da rein wieder zu den anderen enttäuscht ist jetzt schon kaputt alter ich habe den alleine gelassen alter ich kann im moment voll gut zu kd ich nicht bei den großen schrotflinten leuten aber jetzt ist aufgegeben zum klick level 8 ich habe einen bei der explosion zerstört alter ich habe ihn nicht gesehen hat der ist irgendwie verpackt gerade gewesen das ist mein ganzes game park hat mich gerade noch ein titan erwischt bei der auch gerade irgendwie war da irgendwie verschwunden aber dann wieder nicht ich bin bin ich gerade gestorben wir sind gerade minimal am gewinnen alter ja nein wir sind eigentlich noch verlieren jetzt wieder jetzt aber nicht mehr habe gerade noch zwei leute gekillt also zwei ganz normale spiele klein scheiß ist auch scheiß es ist auf dem Weg stand by für titanfall Oh, ich ziehe gerade gar keine. Oh, ich ziehe gerade. 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 Oh, ich ziehe gerade.